Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und Puff! Das war's. Wo liegt das Problem? Dass sie nicht rumgefunden sind und auf der anderen Seite zu drücken. Gut, dann dreht ihr zu der Seite auf. Puff! Benji, das ist dein Einsatz. Bleibt es gleich da, wir machen noch mal von vorne ohne Aufschnitt, aber dann dort weiter sehen. Drei, vier. Puff! Puff! Die Wunderschöne Weiter ein Vorspiel zum Duett. Was passiert mit mir? Dankeschön, von Peter Ittmi, den Zuschauer. Insgesamt sieht es wirklich schon wahnsinnig schön aus. Ihr könnt euch wirklich vertrauen. Jetzt gibt es noch Feinheiten einerseits und noch ein bisschen mehr das Einnehmen. Aber es sieht gut aus. Dünner und toller und besser und bewundeter und berühmter und begehrter werden. Wir spielen immer nur Oui Oui. Okay, gut. Ich weiß nie, wann ich beginnen muss zu reden. Im Grunde genommen sind wir Menschen auch mit Puppen. Wir sind Maschinen. Wir stehen auf, wir essen, wir arbeiten, wir schlafen und dann beginnen wir wieder von vorne. Du kannst auch noch kleine Nuancen reinbringen. Ah ja. Draufgrinsen. Um genau das zu tun, was andere sagen. Du siehst es vor dir. Tag. Hoffmanns Erzählung. Das war einmal ein Scheiß, einmal. Das ist genial. Tag. 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 Wir müssen auch zum Schluss natürlich das immer wieder strukturieren und immer wieder die Jugendlichen auch motivieren, diesen ganzen Prozess bis zum Ende zu tragen und auch diese Details und Feinheiten noch ganz, ganz genau auszuarbeiten. Wir sind meistens ein bisschen zu spät. Kuss! Kein Tag! Kein Tag! Kein Tag! Schon zu spät, ja? Kein Tag! 17! Oh, wie herrlich! Noch einmal vom Fall! Ich gebe dir das nicht, du siehst nicht weiter bis, nein, du siehst nicht weiter bis die Hand sich bewegt. Auszuarbeiten! Auszuarbeiten! Kann man Schluss? Dieses Mal möchte ich etwas Neues von dir, Giulietta. Keine Reaktion? Verstehst du mich nicht? Auf einen erneuten Sieg, mein Engel. Warte mal, ja, ja, ja! Einerseits habe ich dich in meiner Hand, andererseits bist du nur liebend. Ja, 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 genau, genau. Ein Fluss, zärtliche Tauben, ein Fluss weit von mir. Ihr seid jetzt einfach ein Spurz langsam. Und wisst ihr warum? Weil das so schön klingt, dass wir immer so aufsingen. Ja, ja, eh! Weil die Spannung zwischen Orchester und euch Solisten nicht umkommen. Es ist 14.55 Uhr, die Probe beginnt in fünf Minuten, alle, wie gesagt, im Kostüm auf die Bühne. Und zum Schluss ist es jedes Mal eine einheitliche Gruppe, die bei den letzten Proben und bei den letzten, vor allem Bühnenproben so zusammenschweißt, dass ich eigentlich nicht trennen will. Und du vermisst dann wirklich auch noch die Proben und willst eigentlich davon nicht mehr loswerden. Ausgangsposition bitte. Und das Publikum war jetzt super bei Castingrund Nummer eins. Bitte mit dieser Energie auf Castingrund Nummer zwei, drei, bitte reagieren. Ja, das kann euch oben sein. Wir werden versuchen, so wenig wie möglich jetzt zu unterbrechen. Und das kann euch oben sein. Wir werden, wir werden, wir werden, wir werden, wir werden, wir werden sehen, wir werden. Der Dämen Auf einen Morgen You have to go I'll still He will stay So high So high So high Kreis Funden Schreiner Der Kärchen Arm Sehr schön Wir sind noch nicht zusammen Ihr seid schneller als du Das Scheu-Zahl ist klein Scheu-zahl ist kurz Das Scheu-Zahl ist klein Ich bin noch nicht ganz angekommen heute, dass es heute ist. Und ich will auch nicht, dass es heute ist, weil ich noch nicht denke, dass das, was ich mache, dass das dann auch gut ausschaut. Ich hätte lieber noch ein paar Tage, das zum Üben und dann wird es perfekt, aber ist ja wurscht. Müssen wir heute durchziehen. Jeder, der will, kann was singen in so einem tollen Haus und das ist, finde ich, was sehr selten ist. Theater an der Wind ist wirklich nicht eine kleine Schule oder ein Turnsaal, wo eine Schule, keine Ahnung, ein Theaterprojekt machen kann. Das ist wirklich professionell mit ganzer Technik, Bühnetechnik, Licht, Bühnenbild, alles. Das macht das Ganze viel, viel reicher, viel interessanter. Funktionieren, Entsprechen, Bestätigung suchen, Bestätigung finden, genießen, wobei ich den Eiergrinsen müsste mir auch machen. Auch herrlich, wunderbar, schwarz und braun, blau sogar. Blau und schau, frau und zählt, nicht klar. Die Klassen, blau und zählt, nicht klar. Am Anfang gab es Leute, die haben sich überhaupt nichts getraut und die sind jetzt richtige Rampensau-Säulen. Ja, ich glaube, man entwickelt sich hier sehr, deswegen, das finde ich am Besonderen. Tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Du lagen das thirteen, weil ich es glaube, derической업end wird. Ja, ich glaube, wenn es dil Fortnite gibt, ja, ich glaube, das guide Sterne geht. Und ich fand es einfach immer schön, da oben zu stehen und irgendetwas zu machen, was den Leuten auch gefällt. Und ich das Leben, es ist eine Chance d'amour. Ich stehe hier einmal kurz im Mittelpunkt und das ist halt schon krass. Ich habe mehrere Komplimente bekommen jetzt bei dem Stück und das habe ich davor noch nicht so wirklich und ich habe nicht wirklich an mich geglaubt, glaube ich. Und jetzt habe ich mehr von diesem, ich könnte es schaffen. Als die eine versägt, die andere dann geschändet. Es hat mir ein bisschen die Sporen gegeben, eigentlich, dass die anderen besser sind und dass sie aber trotzdem so alt sind wie ich. Und ich habe mir gedacht, eigentlich würde ich das auch gerne erreichen. Und auch wenn ich es erst in ein paar Jahren erreicht, dann erreiche ich es einfach in ein paar Jahren. Aber ich habe es erreicht. Was passiert mit mir? Die Sporen und ich habe es einfach in meinem Job. So wie? Das ist in meinem Job. Applaus